Halt mal deine Schnauze, Goldini, Alter. Das Beste finde ich ja immer noch, dass die Pokémon ihren Namen sagen. Wir wissen doch, wie du heißt, du Wichser. Das nervt richtig, finde ich. Kann passieren. Kann passieren. Ich gehe mal hier so ein bisschen lang und gucke, was hier so läuft. Ich. Ja. Ja. Genau, du läufst hier. Ja. Bei dir gönnt sich. Was? Bei dir gönnt sich. In gut Deutsch. Ja. Ach ja, genau da kann ich hin. Weil, Alter, das ist so krass, dass wir letztens Mewtwo gefunden haben, ne? Aha, ich hab's gesehen. Ja, ich weiß, du hast, du, wir haben uns ja immer zu dir gebeten, aber das ist so selten das Scheißteil, ne? Alter, das ist so krass, dass wir das gefunden haben. Aber niemand konnte es fangen und Fabia tausend von Bälle verschwendet. Ja, das ist ja auch krass schwer, das zu fangen. Ich hab auch meine ganzen Bälle weggemacht, dafür. Weggemacht. Ja. Weggemacht? Die sind weggelaufen, meine Bälle. Meine Bälle? Ja. Ich weiß schon, wie da was da denken. Mach doch nochmal mit dem Ultraball. Mit dem Ultraball? Ja. Äh, mit schwarzen und gelben Aprikokos. Oh, oh. Ich glaub, die schwarzen müssen außenrum und der gelbe muss in der Mitte. Oh. Der gelbe muss richtig in die Mange genommen werden. Oh. Rrr. Tch. Ey, hier waren doch so geile Pokémon. Ey, jetzt sag ich das auch schon, weißt du? WTF? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Hey. Oh mein Gott, das ist doch... Wie an Halloween und Weihnachten zusammen. Ich bin Halloween gar nicht mal so super... Nee, ist ja auch scheiße, Halloween. Äh, wieso? Hm? Du siehst dich verstehen? Nein. Hat niemand gesagt. Ey, du machst meine Nerven auch kalt. Und du meine auch mit den Pokémons. Ne, mit den Pokémons, ja. Äh, dein Boden, willst du den aus Holz haben? Den mach ich schon selber, das ist okay. Weil ich hab hier noch viel... Ja, wenn das gut ausseht, dann kann ich das gerne machen. Ja, okay. Dann mach ich das. Warum machst du das? Weil ich hab hier schon so viele Sachen. Weil das ist alles so Holz, was ich für mein Haus nicht gebrauchen kann, weil ich helles Holz haben will. Ja, ich... Und nicht normales Holz. Ja, okay. Ja, okay. Dann machst du das, ja? Ja. Aber warte, ich hab da noch helles Holz, das kann sie dann haben. Oh. Scheiße. Mann, das wär so geil. Soll ich was ficken? Ja, ficken. Oh. Ficken.de. Ja, Mann. Geil. Jetzt machen wir auch noch hier Fremdwerbung, ja? Ja, das ist meine Partnerseite, das ist... Ach so. Schon okay. Guter Partner. Ja, genau. Alle auf ficken.de gehen. Ich hab die Seite gestanden. Ich glaub, die gibt's, aber ich weiß nicht. Echt? Ja. Müsst, es gibt doch fast jede Seite. Ach so, scheiße. So, decken wir die Ehe. Oh Gott. Stell dir mal vor, Alter. Das ist wohl wiederig. Ficken.de, Alter. Autsch. Alles klar? Nein. Okay. Bist du am Errecken? Nein. Okay. Doch, nicht so schlimm, aber... Ich hab eins gefechtet. Gefechtet? Gefechtet. Oh. Was ist heute mit mir los? Du bist immer so. Nein. Nein, natürlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Na klar. Nein. Ja, ich verstehe heute alles falsch und dann... Ja, du verstehst immer alles falsch. Nein. Na klar. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Boah, was ist das denn? Du darfst erst nach Hause kommen, wenn ich dir sage, okay? Okay. Warum? Weil ich eine Überraschung mache. Ah. Ich hab so viel Zeugs erfahren und kann alles nicht gebrauchen. live bei dir, würde ich sagen. Ah, ganz besonders am Morgen. WTF? WTF? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fick mich doch. Wieso? Oh mein Gott. Ich hab ein geiles Pokémon gefunden. Nein, Digga, der bleibt nicht drin. Nein, der bleibt nicht drin. Der Hurensohn. Ich hoffe immer mal, du redest jetzt nicht irgendwie von verversen Dingen. Nein, ich hab ein geiles Pokémon gefunden. Was denn? Ein Pinsir. Was ist das? Es ist tot. Scheiße. Was war das denn? Was für ein Ding ist das? Pinsir ist ein richtig geiles Pokémon, finde ich. Also so ein Käfer-Pokémon. Aber das ist voll geil. Käfer-Pokémon? Ja, es gibt verschiedene Arten von Pokémon. Ah, das ist also die Käfer-Version, ne? Nein, es gibt mehrere Käfer-Pokémon. Das ist nur eine Kategorie. Ach so. Es gibt auch noch Geist-Pokémon. Dann gibt's noch Wasser. Dann gibt's noch Fire. Ein Pokémon? Ja. Ach du Scheiße. Ja, geil. Ich bin grad an der Stelle, wo wir Mewtwo gefunden haben. Aber hier ist nix Mewtwo. Ne, ne, ne. An sich haben wir das... Jetzt können wir das LP beenden, wir haben Mewtwo gefunden, Alter. Das ist schon krass genug. Aha. Aber Alter, wenn du das LP jetzt beenden würdest, dann würden die bestimmt alle vorgehen. Ja, dann würden die mich haten, aber richtig. Ja, du scheiß Kind, du bist raus. Wie, ich bin raus. Nein, halt so. Ja, 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 ja. Nein, du bist dumm, genau. Du bist... Was? Ja, genau. Vergiss nicht, komm nicht nach Hause. Ja, ja, ich bin ganz warm. Erst wenn ich sage, ist es gut essen. Okay. Okay. Wenn du mir dann nicht mindestens ein Fleisch gibst, ne, dann bist du wieder tot. Oha, Junge. Boah, ich will doch gar nicht hier in den Summf. Hier sind nur Käfer-Pokémon, die scheiße sind. Was ist das? Was ist das? Hä? WTF hast du zu muggern? Ich dachte schon, Alter. Hast du wieder irgendeinen Dreck gefunden? Nein. Na, dann ist ja... Wieso sagst du zu einem, was ich finde, der Dreck? Ne? Ja, warum? Ich höre mich doch gar nicht. No. Boah, Alter, wie die reden. Alles klar, wenn ich... Nein. Oh mein Gott, Alter, die sind geil. So geil. Da gehe ich hier fast steil. Oh mein Gott. Ich laufe jetzt einmal um die ganze Map. So, wenn du nicht in dein Haus gehst? Ja, mach ich nicht. Deine Schnauze, Redditor. Oh, ich gehe aber gerade in die Richtung von meinem Haus. Aber ich komme nicht. Dann gehe er wieder weg. Nein, ich komme nicht, keine Sorge. Ich bin auch richtig weit weg. Ich gehe auch nicht in die Nähe. Also, so, äh, gehe... Ja, ich habe schon verstanden. Mach da jetzt einen großen Penis drauf. Nein. Ey, oh mein Gott, Alter. Stehe ich vor so einem Abra, ne? Teleportiert sich das einfach weg. Richtiger Slenderman. Slenderman. Ja, genau, das... Genau. Das sage ich auch immer, wenn ich einen Slenderman sehe. Ich weiß ja, ich habe nicht genug Platz, um es einzurichten. Naja, scheiß drauf, auf allen Rechten machst du dann halt Sex machen, ne? Ja. Ich weiß ja nicht mal, was du machst. Ja, hast du halt Glück gehabt, ne? Ja, super. Also, ich glaube, das sind schon besser mehr als zwei Folgen, kann ich dir sagen. Ja, egal. Das ist egal. Also, auf jeden Fall mal viel zu rendern, ne? Ja, ich habe schon mehr gehabt, also. Ja? Ja, ich habe schon sehr viel gerendert. Außerdem habe ich Ferien. Ach, Quatschen. Echt? Schon Ferien? Ja, ich habe nur noch eine Woche. Ich habe jetzt noch eine Woche Praktikum und dann habe ich Ferien. Boah, Praktikum und danach Ferien, ne? Das wäre jetzt das Beste. Trotzdem, die neunte ist so übel scheiße. Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Mist, Alter. Ach ja, wenn Koch die 10.000 Abonnenten hat, dann macht die Facecam, also. Ey, halt dein Maul. Was darfst du nicht sagen? Aber das stimmt. Ja, aber trotzdem, sowas darfst du nicht. Ja, dass du sowas deinen Abonnenten nicht mehr sagst, Alter. Ich war gerade auf deinem Kanal, du hast 9.000 Abonnenten. Alter, dein Maul stimmt gar nicht. Ja, ach was. Aber ich habe heute meine 1,5k erreicht und dann, Alter, bin ich halt aus dem Bett gesprungen, denn das war so geil. Okay. Wollte ich mal gesagt haben, ne? Genau. Ja. Voll schön. So ein Erlebnis zu erleben. Das Erlebnis zu erleben, es erlebt zu haben. Ja. Genau so meine ich das. Ich will kein Leder, ich will Fleisch. Die geben mir... Ah, jetzt. Ich bin hier nämlich immer am Verrecken, das ist nicht gut. Nicht gut. Nee. Ich hätte in die andere Richtung gehen sollen, scheiße. Mhm. Am TPN darf ich mich ja nicht, was ist denn? Ja. Ich muss überhaupt gucken, wo ich... Äh, wo gehe ich überhaupt lang? Egal, ich nehme mal Kohle mit auf den Weg. Und was machst du so Schönes? Äh, was? Äh, äh... Was machst du? Ich, äh, baue hier gerade. Vor allem, ich darf nicht zu meinem Haus, das ist das Geilste. Ja, das ist wie bei zu Hause im Glück, weißt du? Was ist im Glück? Zu Hause im Glück. Ja. Doch, ja, kenne ich. Das heißt, dass du diese fette Moderatorin, ne, bist da? Halt dein Maul. Ich stelle mir das so vor, diese fette, geile... Keine Ahnung, wie die heißt. Was? Also, ähm, ist das jetzt dein Ernst? Du hast eine Vorliebe für fette Moderatorin? Klar, immer doch. Oh. Da werde ich richtig geil. Ich glaube, du... Ich glaube auch. WTF? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Mein Glora kommt einfach raus. Ey, ich muss dir was sagen. Was? Gibt Essen. Darf ich kommen? Mhm. Ich weiß, was ich in der Zwischenzeit sogar noch gemacht habe. Oh. Ich habe sogar wirklich was zuerst gemacht. Dankeschön. Da fällt man durch. Guck mal. Ja, das ist ja auch eine Treppe, ne? Oh. Danke. Was ging gleich? Nein. Nee. Nee, ich... Ich meine, hier kann man durchfallen. Oh, weiter. Weiter. Oh, das ist voll toll von dir. Danke schön. Bitte schön. Oh, mit Balkon. Ich habe den ganzen Scheiß hier aufgebraucht. Ich glaube, ich konnte... Da habe ich... Nee, da sind keine Türen, ne? Was ist mit Türen? Der Balkon hat noch keine Türen, oder? Nein. Das hat sich dann nicht mehr gereicht. Oh, das ist voll toll von dir. Danke schön. Ja? Ja. Ja, ich bin ja auch geil. Guck mal hier sogar. Soll ich dir mal zeigen, was ich gefangen habe? Ja. Alter, das ist richtig krass. Richtig krass? Ja. Guck hier, kennst du ihn noch? Guck hier. Ach so. Das ist die Vorentwicklung von dem hier. Nicht von dem, sondern von dem. Ja, genau. Voll geil, ne? Mhm. Das ist sozusagen sein Kind. Und wenn ich das, Fabi zeigt, rastet er aus, weil ich habe letztens eins gekillt vor seiner Fresse und er wollte das fangen. Ja, na gut, warte, ich gucke mir das. Ja, genau da, wo auch der Dingswerk ist. Ja, wo mir hilfst du, weil er hat mich voll angeschrien. Oder er war voll angepisst. Was greift er mich an? 35. Ach so, ist gar nicht so hoch. Aber ist doch ganz okay geworden, ne? Ja, ist voll schön. Warte, ich gucke mir das jetzt noch mal im Game-Up an. Fleisch! Alter, hast du auch so Essensprobleme wie ich? Äh, ja, ja. Ist das hier irgendwie auf hart gestellt? Nee, ich habe keine Ahnung, aber es ist schon krass. So, hier oben. Ey, das ist voll geil. Danke. Ja, oh, bitte. Sogar mit irgendeiner Richtung. Boah, krass, ey. Ein bisschen Sand fühlt oder so. Ey, habe ich in deine Richtung gemacht? Ja, es geht, ne? Aber trotzdem. Das einzige, was ich gemacht habe, ist eine Lampe. Okay, zwei. Vier! Ja, ist auf jeden Fall geil. Nee, ist auf jeden Fall geil. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du dabei warst und das gemacht hast. Bitte schön. Und, ähm, ja. Ich bin jetzt noch ein paar Folgen bei Kuchti dabei, also lohnt sich da auch vorbeizugucken. Also haltet die Schnauze und geht da auf ihren Kanal. Nee, war ein Spaß. Aber geht mal auf ihren Kanal und guckt da vorbei. Da gibt es dann auch noch Folgen mit mir irgendwann. Und, ja. Haut rein, Leute. Bis dann zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.